Ich bin raus! Warte, wenn wir eine Rockmoke haben, Digga. Warte. Äh, ich würde ein bisschen vorfliegen, wenn wir uns der Hedion runtergehen. Okay, ist der ja nicht. Digga, halt die Fresse, Digga. Was ist mit unserer Lohd-Aus? Digga, halt, ja! Ja, was will ich denn machen? Ah, ich dachte, er hat uns gefickt, Digga, ich habe ungesagt. Also, Digga, ich schwöre. Ich bin dabei, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Was geht, was geht, was läuft, was läuft. Heute geht es um die Bullfrog. Die Bullfrog mit einer der konstantesten Waffen in Warzone. Jede Season bis jetzt, ich glaube, ab Season 3 bis jetzt, gehört sie zu den besten Waffen, also zu den geilsten Waffen, finde ich. Ich habe sie heute mal gespielt und ich finde sie ist immer noch sehr gut. Gehört für mich nicht mehr zu den besten Waffen, aber man kann sie auf jeden Fall noch spielen. Also, wenn du wissen willst, wie ich sie spiele, bleib bis zum Ende dran, da gibt es ein Klassen-Setup dazu. Viel Spaß mit den Highlights. Danke, dass du wieder am Start bist, Kommentar da lassen für Algorithmus und so, ihr wisst Bescheid. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Wir sind alle in der Sicherheitszone. putain il est break fils de pute avec son bâton il campe dans le coin il est encore dans le coin on est encore en dort on se mette devant c'est ça pour une plateforme il va encore plus il va encore plus après ça dépend de la moving zone c'est tout de suite c'est un peu plus putain c'est mal j'ai l'espoir d'espoir c'est un peu plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus là c'est plus ils arrivent ils arrivent j'ai l'espoir d'espoir il est là tu es là c'est plus c'est plus Oh nein, das Schildbreak, das Schildbreak, scheiße. Brauchst du ne Waffe? Nein! Mein Herz, Digga. Hast du den hier? Ich hab Pistole, ich brauch aber Waffe. Hier. Der Typ wird schon das Hacker, ja safe. Wir haben einen hohen Snack. Die sind hier neben uns drauf zu sein. Und hier oben auf dem Dab liegt noch ne AUG. Ja, schaut die AUG. Oben auf dem Dab? Ah, hinter mir noch. Get ARA hier, Digga! Ah, WUHU! Was will er denn? Ich glaub mir, Öffo, das sagst du jetzt. Aber dann... Komm her, komm her. Wie landen wir? Wie landen wir? Wie landen wir? Wie landen wir? Hey, ich find es! Er hat mich so gefickt, Digga! Er hat mich so gefickt! Ohhhh! 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 Ohhhhh! Ohhhh! Alle Preise wieder normal! Wer ist der Betäubung, Kalas? Ich fahre mal! Ich bin der Betäubung, der Bistab ist. Ich bin der Betäubung. Ich bin der Betäubung! Ich bin der Betäubung. Er hat mich so gefickt. so meine freunde kommen wir auch jetzt schon zum klassen setter wie spiele ich die frog also zurzeit muss ich echt sagen mit der ots zusammen meine lieblings supergeil bringt super spaß ich würde sagen die ots ist ein bisschen besser auf nachkampf und die bullfrog ist so mittleres ding also wie spiele ich die bullfrog die bullfrog spiele ich mit dem gru mündungsfeuer dämpfer lauf zocke ich den sonderkommando lauf laser zocke ich den tiger team scheinwerfer schafft den kgb skelettschaft und magazinzeug des spezlers 85 schuss magazin im gegensatz zu der ots hat die war für zum beispiel 85 schuss und das ist auch so ding wo ich sage supergeil so weil bei der ots hatte ich ja nur 40 wenn ihr das video noch nicht gesehen habt ich denke mal das klassen setter von der ots in der video beschreibung dann checkt du mal auch die ots ab ja beides zuckerwaffen danke dass du am start warst und dir das video gegönnt hast digga cool 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 cool